Vergolden wir unser Leben? Wir meinen mit Vergolden, unsere Energie auf verschiedene Weise zu verschwenden, zum Beispiel, indem wir uns auf eine bestimmte Fähigkeit spezialisieren. Verschwenden wir unsere gesamte Existenz, unser ganzes Leben lang? Ist es so? Die reichen Leute sagen, ja, wir häufen uns viel Geld im Leben an, weil es uns großes Vergnügen bereitet. Oder die, die eine besondere Begabung haben. Talentiert zu sein, ist sehr gefährlich, wenn man ein religiöses Leben führen möchte. Ein Talent in Form einer Begabung, einer Eigenschaft, die man in die Wiege gelegt bekommen hat. Eine Fähigkeit auf einem bestimmten Gebiet, was man Spezialisierung, Professionalisierung nennt. Spezialisierung ist ein fragmentierender, bruchstückhafter Prozess. Wir müssen uns also fragen, ob wir unser Leben vergeuden. Sie mögen, sie mögen reich sein, alle möglichen Fähigkeiten haben. Sie mögen ein Spezialist, ein großer Wissenschaftler oder ein Geschäftsmann sein. Doch am Ende des Lebens war das alles nicht eine Vergeudung? All das Arbeiten, all die Sorgen, die Angst, die Unsicherheit, die dummen Illusionen, die die Menschheit gesammelt hat, die Götter, die Heiligen und so weiter. War das alles eine Vergeudung? Sie mögen Macht oder Position haben. Doch am Ende des Ganzen, wozu? Bitte, das ist eine ernste Frage, die man sich selbst stellen muss. Niemand sonst, außer Sie, können sich diese Frage beantworten. Was also ist Liebe? Sie mögen reich, wichtig sein oder in der Hierarchie ganz oben stehen. Doch ohne das Parfum der Liebe sind sie bloß eine leere Hülle. Wir haben das Leben vom Sterben getrennt. Dieses Sterben findet am Ende unseres Lebens statt. Wir schieben es so weit wie möglich von uns weg. Eine lange Zeitspanne. Doch am Ende einer langen Reise sterben wir. Und was ist es, das wir Leben nennen? Geld verdienen, täglich von 9 bis 5 ins Büro gehen, ob in einem Labor, einem Büro oder in der Fabrik. Endloser Konflikt, Angst, Furcht, Einsamkeit, Verzweiflung, Depression. Diese ganze Lebensweise, die wir Leben nennen, ist das wirklich Leben? Anxiety, Loneliness, Despair, Depression, Anxiety, Loneliness, Despair, Depression, Depression, this whole way of existence, which we call life, living. Is that living? Dieses enorme Abmühen des Menschen ist ein endloser Konflikt. Und daran halten wir fest. Dieses Leben nennen wir Schmerz, Sorgen, Angst, Konflikt, jede Form von Täuschung, Korruption. Wo es Selbstsucht gibt, muss es Korruption geben. Und das ist es, was wir Leben nennen. Und das ist es, was wir Leben nennen.